Godolphin Arabian oder Godolphin Bab war ein Hengst, der neben Bayer Litök und Dali Arabian als einer der Stammväter des englischen Vollbluts gilt. Die unterschiedlichen Bezeichnungen erklären sich daraus, dass der Hengst von seinen Eigentümern und auch heute noch oft als Araber bezeichnet wurde bzw. wird. Es spricht aber auch einiges dafür, dass es sich bei dem aus Tunesien importierten Pferd tatsächlich um einen Bär behandelte. Der Hengst wurde durch seine erfolgreichen Nachkommen einer der drei Stammväter der englischen Vollblutzucht. Der letzte Sieger des englischen Derbys, der aus der Godolphin Arabian-Bab-Linie stammte, war jedoch 1964 Santa Claus. Heute wird die englische Vollblutzucht deutlich von nur einem der drei Stammväter, dem Dali Arabian, dominiert. 80% der modernen Rennpferde sollen allein von dessen berühmtem Nachkommene Clips abstammen. Nach anderen Angaben stammen insgesamt 95% der modernen Rennpferde vom Dali Arabian. Lebensgeschichte, Umherkunft und Leben des Godolphin Arabian ranken sich zahlreiche, oft wenig wenig abgesicherte Geschichten. Laut einer inzwischen nicht mehr betriebenen Website der British Horse Racing Authority sei der Hengst wahrscheinlich aus dem Jemen über Syrien zum Ball von Tunis gelangt, was zur Abstammung als Araber passen würde. Nach anderen Angaben stammte das schamgenannte Tier aus tunesischer Zucht. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass der Hengst zu einer Gruppe von Pferden gehörte, die dabei von Tunis dem französischen König Ludwig XV. schenkte. Das Pferd fand aber offenbar vor den Augen des französischen Hofs wenig Anerkennung und gelangte in den Besitz des Engländers Edward Cook, der ihn als Deckhengst für sein Gestüt in Derbyshire übernahm. Dort deckte er unter anderem die Stute Ruxenne. Das daraus hervorgehende Fohlenlet sollte eines der berühmtesten Rennpferde seiner Zeit werden. Nach Cooks Tod 1733 kam der Hengst in die Hände von Roger Williams, der ihn an Franzisk Godolphin II, Earl of Godolphin, vermittelte. Ihm verdankt das Pferd den Namen Godolphin, unter dem es bis heute bekannt ist. Der Hengst wurde etwa 29 Jahre alt. Er starb 1753 in der Weihnachtszeit, wurde neben seinem Stall begraben und erhielt einen Gedenkstein, der noch heute im Wandlebury Ring zu besichtigen ist. Rezeption der Lebensgeschichte Die Lebensgeschichte des Tieres diente der bekannten US-amerikanischen Schriftstellerin Mark Wright Henry als Romanvorlage für ihr Jugendbuch König der Winde. Das Buch wurde unter dem gleichen Titel mit Richard Harris, Glenda Jackson und Frank Finlay verfilmt. Bereits 1952 produzierte der NWDR Köln nach diesem Roman ein Hörspiel unter dem Titel Die sagenhafte Geschichte des Hengstes Godolphin Arabian. Unter der Regie von Eduard Herrmann waren unter anderem Paul Henkels als Erzähler sowie THR Grochinski, Lutz Erbring, Heinz von Kleff, Wilhelm Pilgram, Wilhelm Wahl und Kurt Lieck zu hören. Eine ausführliche Lebensgeschichte des Pferdes findet sich in dem Buch Hengst der Sonne von Franz Born, Sebaldos Verlag 1961, Galerie. Belege als Godolphin Barb aufgeführt U.A. von Jasper Nissen, Großes Reiter und Pferde-Lexikon Taschenbuch Bertelsmann Verlag 1976 ESPN 3 5700 4580 3S 186. ABC History of Thoroughbreds auf www.britishhorseracing.com King of the Wind in der Internet Movie Database abgerufen 4. Januar 2015 18. 19. 019. 20. 20. 20. 22. 25. stem0 17.ism. wahr. 16. Vielen Dank.